Hallo zusammen, Produkttest! Und zwar das Sony 16-25mm Objektiv 2.8 für Vollformat. Das ist das hier, in dem Fall einer Sony A7 R5. Das Problem von dem Objektiv ist eigentlich das Objektiv, das ist das Sigma. Sigma 16-28, dazu gibt es einen eigenen Testbericht. Da war ich sehr angetarnt von, das habe ich mir auch gekauft daraufhin. Und da war natürlich so ein bisschen sofort die Frage, ja Moment, das Sony hat weniger Zoom, gleiche Lichtstärke, ist deutlich teurer. Finde den Fehler. Ja, es gibt ein paar Nuancen in den Unterschieden und darauf gehe ich in diesem Video ein und versuche dir damit zu helfen, wenn du dich nicht entscheiden kannst, welches von beiden du kaufen sollst, sage ich dir, warum du eins von beiden kaufen solltest oder was du eventuell stattdessen machen solltest, was ich machen würde, wie immer. So, also, Haptik vielleicht mal ganz kurz. Das sind beides kleine Objektive, die sind gleich groß, die sind auch gleich schwer. Der Unterschied in 40 Gramm, nicht 440 Gramm. Das ist, weiß ich nicht, so ungefähr eine Pflaume. Ich sage ja sonst gerne, ein Unterschied, ein Apfel, das ist nicht mal ein Apfel, sondern auch nicht mit einem halben Apfel, das ist irgendwie eine Pflaume oder drei Kirschen oder so. Also, spielt keine Rolle, das will ich damit sagen. Größe, Gewicht spielt keine Rolle, kannst du total gleichwertig verwenden. Aber das Sony ist wetterfest, das Sigma nicht. Das wäre mir tatsächlich auch ein bisschen egal, weil wie oft fotografierst du im Regen und dann ist es mir auch egal, tatsächlich, da habe ich auch noch nie Probleme mit gehabt. Aber, ein Problem ist tatsächlich, das sind sehr kleine Objektive, man sieht es ja, ich kann das nicht mal ganz in der Hand nehmen. Und bei dem Sigma habe ich den Zoom-Ring und den Fokus-Ring und die sind auch relativ groß. Gerade der Zoom-Ring ist natürlich der wichtige, das ist der hintere, das heißt, so halte ich das Objektiv. Ich habe die Finger an dem Zoom-Ring und der ist breit genug, der ist ziemlich genauso dick wie mein dicker Daumen, ich habe so Metzgerhände, das geht sehr gut. Bei dem Sony ist der sehr schmal, an der selben Stelle aber sehr schmal, weil da noch Platz sein muss für den Blenden-Ring. Liebes Sony-Team, es ist ja nicht nur Sony, man macht das sonst ja auch. Alle neuen Objektive kommen irgendwie mit Blenden-Einstellungen. Was soll das? Was soll das? Also gerade bei so einem Objektiv, verstehe ich null. Und die Folge ist halt, der Zoom-Ring, den man ja sehr viel benutzt, der ist sehr klein, das heißt, ich habe das Objektiv hier und ich muss erstmal gucken, Moment, welcher ist das jetzt von beiden, weil der so schmal ist, dass ich den kaum treffe, der steht nicht sehr doll hervor, das hat sich immer viel besser gemacht. Also Haptik, Sieg mal, ganz klar Gewinner. Also tatsächlich so, dass es stört. Auch nach einer Woche täglich im Einsatz stört es mich immer noch. Man gewöhnt sich wahrscheinlich dran. Es gibt auch noch Function-Buttons, wofür brauche ich einen Function-Button bei so einem Objektiv? Schreib mir gerne einen Kommentar, was für eine Function packt man an das Objektiv ran? Also je nachdem, wie man es benutzt halt, aber so ein Objektiv, Langes-Fotografie und Video, welchen Function-Button? Weil das so klein ist, du kommst dann dauernd dagegen. Deswegen, da muss ja irgendwas ran, was nicht schlimm ist, wenn du es nutzt, aber dann nutzt es auch nichts. Naja, kann man wahrscheinlich anders sehen, ich bin schon wieder zu negativ. Objektiv und optische Eigenschaften, so wollte ich sagen. Wir haben mehrere von euch geschrieben, dass sie das Objektiv schon haben und sie haben alle ohne Ausnahme geschwärmt, wie scharf das ist und das kann ich bestätigen. Das Objektiv, ich zeige nebenbei die Kirche und egal, ob ich auf die Mitte schaue oder auf den äußersten Rand gucke, egal, ob ich bei Blende 2, 8 oder Blende 4 oder 8 bin, das Objektiv ist wirklich knackscharf. Also auch die äußersten Ränder, es ist wirklich verrückt, was da heutzutage geht, wie viel da gegangen ist in den letzten Jahren. Also das Sigma ist aber auch gut. Ich zeige das Vergleichsfoto von Sigma. Wenn ich sie auf 100% nebeneinander packe, ich habe nicht genau den gleichen Bildausschnitt, weil zwei Kameras und nicht genau die gleiche Megapixelzahl, nicht glauben, den gleichen Sensor und so weiter. Also in der Praxis ist es trotzdem, es ist ein Tick schärfer. Aber nur auf 100% und nur als Pixelpieper. Das Sigma ist gut. Aber das Sony ist ein Tick schärfer. Insbesondere in den Rändern. Vignette haben die beide sehr stark. Das ist natürlich so. Es ist ein Ultraweitwinkelobjektiv, das hat halt einfach ein kleines Ultraweitwinkelobjektiv. Weil das ist schwierig. Das klein zu bauen ohne Vignette. Vignette ist der dunkle Rand. Der ist relativ stark. Bei Blende 4 ist der aber schon im Wesentlichen weg. Und bei Blende 8 dann sowieso. Aber 2,8 hat eine sehr starke Vignette. Das ist bei beiden so. Das liegt in der Bauart. Das lässt sich natürlich auch nicht verhindern. Dann Verzeichnung zeige ich nebenbei noch. Aber auch das ist halt einfach im Rahmen. Das ist halt einfach so bei kleinen Ultraweitwinkelobjektiven. Ja, irgendein Tod muss man sterben. Aber das ist normal. Also völlig gut. Und auch bei beiden ähnlich. Sonnensterne. Beide erzeugen Sonnensterne. Sonnensterne erzeugst du, indem du die Blende zumachst. Das heißt, eine große Zahl einstellst. 11, 16, 22. Und Flair sind störende Elemente drin. Ich zeige beide Objektive gegen die Sonne gehalten. Das sieht erstmal beides gut aus. Ich zeige dieses Foto. Das habe ich heute Morgen gemacht auf dem Weg zur Arbeit. Und da sieht man sehr deutlich störenden Flair. Das Problem ist ein bisschen folgendes. Du hast eine leicht gewölbte Linse. Da ist ein bisschen Staub drauf. Gar nicht viel. Also ich hatte extra geguckt. Oh nö, das passt. So ein Arbeitsgerät. Das ist halt nicht immer tiptop sauber. Gerade weil es eine gewölbte Linse hat. Und ich bin immer sehr zögerlich, Linsen abzuwischen. Weil ich immer Angst habe, dass ich da halt auch Kratzer reinmache. Früher oder später hast du ein kleines Sandkörnchen im Putztuch. Oder ein Sandkörnchen da noch drauf, dass du nicht richtig weggepustet hast. Also früher oder später zerkratzt dir das Objektiv, wenn du ständig putzt. Also putze ich wenig. Das ist meine Ausrede. Und dann hast du aber jetzt sehr stark störende Elemente. Das ist jetzt einfach ein Bedienerfehler gewesen. So ein bisschen. Da kann das Objektiv nur am Rande was dafür. Aber so sieht das in der Praxis dann tatsächlich aus. Also das ist jetzt wirklich Arbeitssauberkeit bei mir. Dann. Aber Sonnenstern sind schön. Und ich habe das Foto auf Instagram in die Story gepackt heute Morgen. Und ganz viele Kommentare gekriegt im Sinne von, oh, toller Sonnenstern und so. Oh, das Objektiv interessiert mich plötzlich und so. Weil Sonnensterne sind bei Instagram-Fotografen beliebt. Deswegen habe ich die auch gerne im Bild. Weil es immer ein paar extra Likes gibt. Kann man doof finden. Ist aber in der Praxis tatsächlich so. Autofokus. Beide Objektive haben zügigen Autofokus. Beide würde ich jetzt nicht zwingend für Sport einsetzen. Einfach vom Zoom-Bereich her. Deswegen habe ich das auch nicht im Detail untersucht. Aber tatsächlich ist es so, dass die Sigma, ich habe auch das 2870 von Sigma. Das war ein ziemlich langsamer Autofokus tatsächlich. Also im Sinne von, meine Tochter ist sechs Jahre alt. Sie fährt auf dem Fahrrad inzwischen relativ schnell. Und ich mache Fotos von ihr. Sie fährt mit dem Fahrrad auf mich zu. Dann habe ich einige Nicht-Treffer dabei, obwohl der Autofokus scheinbar sitzt. Weil der Autofokus nicht hinterherkommt. Von dem Objektiv. Also die Kamera könnte aber Objektiv nicht. Und das ist hier auch so ein bisschen so. Es hat nicht den schnellsten Autofokus. Für normale Sportsachen reicht das. Man wird meistens sowieso im manuellen Fokus arbeiten, wenn du jetzt super Sport-Action machen willst. Irgendwie Motocross-Slide in der Kurve oder so. Beziehungsweise du hast einfach so viel Schärfentiefe durch die Weitwinkel, dass das sowieso ein bisschen egal ist. Gefühlt ist der Sony Autofokus ein Tick besser. Dann für Video ist es sehr, sehr gut geeignet. Das hatte ich schon gesagt. Und dementsprechend auch, wenn du so eine Ein-Mann-Bude bist wie ich. Ein Hybrid-Shooter. Das heißt, ich gehe zum Fotografieren. Praxisbeispiele. Ich habe hier gerade eine Ausstellung am Laufen bei uns im Dorf. Und da war letzte Woche die Vernissage. Das heißt, wir haben dann die Bilder aufgehängt. Und dann war die Vernissage. Und ich habe Fotos und Filme gemacht. Also ich habe mich hingestellt und ein bisschen was erzählt, was ich da mache mit der Vernissage. Und habe dann auch noch ein paar Bilder gemacht von meinen Fotos natürlich. Und das ist natürlich ideal. Also klar, es ist keine kleine Kamera, weil die Kamera groß ist. Aber das Objektiv wäre klein. Ich könnte eine kleinere Kamera nehmen. Und ich kann halt beides perfekt damit machen. Also gerade für Videoblogging, dieser Bereich 16, 25. Mehr brauche ich da nicht. Weil mit 25 muss ich ja sowieso schon einen langen Arm machen. Also ich bin sowieso so um 20 Millimeter rum. Also als Reiser, wenn du am Reisen bist und beides machen willst, dann ist es schon sehr interessant. Aber das gilt für das sieht man natürlich genauso. So, also. So, man muss aber dazu vielleicht noch sagen, es ist halt ein Blende 2.8 Objektiv. Was völlig reicht, wenn ich es mir nahe vor das Gesicht halte. Ich filme aber jetzt mit dem 24 Millimeter Sony auf Blende 2.2 in dem Fall. Ich bin jetzt nicht super dicht dran. Also, ne, Armreite. Da kann ich halt hin und wieder mal nah rangehen. Auf Blende 1.4 gehen und habe den Hintergrund, trotz Weitwinkel, habe ich den Hintergrund mal unscharf. Mach ich meistens nicht, weil ich den zeigen will. Aber wenn man das mal möchte, hat man die Möglichkeit. Das hast du hier natürlich nicht. So, Fazit. Was ich wirklich von beiden würde ich jetzt empfehlen. Tatsächlich, der Preisunterschied ist aktuell noch sehr hoch. Und es fällt mir schwer zu sagen, es ist ein Tick schärfer und es ist wetterfest. Und der Autofocus ist wahrscheinlich auch so ein Tick besser, was ich nicht wissenschaftlich untersucht habe. Dafür würde ich persönlich den Aufpreis jetzt nicht zahlen. Aber vielleicht ist es für dich relevant. Wenn der sich ein bisschen annähert, dann ja, klar, würde ich das nehmen. Weil mehrere von euch haben mir geschrieben, sie nehmen das als Ersatz für das G-Master. So quasi G-Master-Sharfe für einen G-Preis ohne Master. Ganz ehrlich, wenn jetzt Haus abrennt, alles weg bei mir, würde ich keins von beiden kaufen. Ich würde das G-Master, also das 16,35 kaufen. Ich zeige nochmal den Unterschied. 16, 25, 28. Der Zoom 25, 28 ist nicht wirklich viel Unterschied. Weil da kannst du croppen. Also wenn du das Sony nimmst und croppst ein bisschen rein, dann hast du gleiche Bildausschnitte. Das geht natürlich, du verlierst wenig Pixel. Aber von 16 auf 25, auf 35, also nochmal 10 Millimeter mehr, irgendwann ist es halt schon viel. Also da muss man sich selbst ein bisschen, also ich würde das G-Master nehmen, weil ich mehr Flexibilität habe. Weil 35 reicht mir häufig auch nicht. Eigentlich hätte ich ja einen 16,50 oder so. Klar, mehr ist besser. Und ich habe nochmal einen Tick mehr Schärfe und so, aber, 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 ne? 100% Pixel-Peeping in der Ecke und so. Also nicht so, dass es relevant ist. Also ganz ehrlich, das 16,35 ist ein sehr, sehr gutes Objektiv. Aber das ist auch echt wirklich gut. Und das ist auch gut. Also Preis-Leistung ist hier natürlich besser. Einen Tick mehr Schärfe. Naja, sei dahingestellt. Wenn ich jetzt ganz viel reisen würde mit leichtem Gepäck und Geld spielt mir keine Rolle. Ja, klar, nehme ich das. Ist ein Tick besser. Geld spielt eine Rolle, nehme ich halt das. Ich habe mehr Angst, dass geklaut wird. Ich nehme das. Ich habe oft Handschuhe an. Ich nehme das Sigma, weil die Haptik mit Handschuhen wird natürlich nochmal schlechter. Also das ist wirklich schade. Schade, schade, schade. Sie wollten wahrscheinlich viele Features reinpacken, um hohen Preis zu rechtfertigen. Weniger wäre besser gewesen. Wirklich. Weil so mein Ding. Also mich stört diese Haptik tatsächlich sehr. Na gut, falls du dir kaufen möchtest, habe ich noch einen guten Deal für dich. Du kannst bei unserem Partner Fotohama mit Punkten von Zielfoto bezahlen. Du kannst auf Zielfoto, auf unserer Webseite, zielfoto.com, da kannst du Punkte sammeln, zum Beispiel indem du Testberichte verfasst, indem du deine Ausrüstung hinterlegst, indem du aktiv bist da. Dafür gibt es Punkte. Gamification. Und mit den Punkten kannst du tatsächlich bezahlen. Das heißt, du kriegst das Objektiv günstiger, wenn du einen Teil des Preises mit Punkten begleichst. Ich verlinke das. Da kannst du es nochmal in Ruhe nachlesen. Ich hoffe, das war so ein bisschen hilfreich. Egal welches von beiden du hast, du wirst mit beiden wahrscheinlich viel Freude haben. Und wenn du dich für das G-Master oder eins von dem anderen interessierst, wie zum Beispiel das hier oder auch das Tamron 1728 gibt es ja auch, findest du alles bei mir auf dem Kanal. Einfach mal suchen nach Wiesner, Tamron 1728 zum Beispiel. Dann findest du da auch der Sprich zu. In diesem Sinne, bleib gesund. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020